Hallo, hier ist Martin von meinem Ankeres. Das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 23. August 2021 und damit ja noch nicht ganz die letzte Handelswoche im August, aber ja, es geht auf die letzten Tage zu. Wir haben den Verfall abgeschlossen am Freitag und man kann nicht ganz sagen, dass das im DAX schon aussieht wie, als ist hier das Feuer der letzten Tage schon komplett erlöschen. Das glimmt schon noch ein bisschen, auch wenn wir im Chart gucken, wenn wir ein paar Elemente finden, die nach einem glimmend aussehen, aber es brennt zumindest erstmal nicht mehr. Also auch zum Freitag hat er doch deutlicher entspannt bekommen, ja, also wir hatten eigentlich gesagt, dass die 800, dass man sich von dort wahrscheinlich relativ gut orientieren kann und er auch gut wegtreiben kann, auch ganztäckig wegtreiben kann halt, ne. nochmal runter bis zur 6,70 und wenn er die gebrochen kriegt, auch nochmal weiter bis in die 5,80, 5,75 rein hier, ich weiß gar nicht welche, ich glaube 5,80 hat man gesagt, ne. 5,80, 5,75, 6,70, das waren so die Ziele, wenn er unten raustreibt und dann ist es halt auch nicht mehr geworden wie die 6,75. Der hat sich hier an der 6,50 dann ganz schön dolle ausgebremst, ne, also sichtbar, sichtbar wirklich immer wieder dann hochgezogen. Also so kurz angestochen, eigentlich so genau auf diesen Triggerpunkt, wo er hätte nach unten losbeschleunigen können und die letzte Meile anlaufen können, genau da hat er sich immer wieder hochgedreht und dann hier so knapp oberhalb des Tageshochs vom Vortag geschlossen. Damit stecken wir natürlich mit dem Tag noch in der kompletten Tagesspanne des Vortages, das heißt, es ist erstmal kein neues Signal entstanden. Die Tageskerze sieht allerdings schon positiv aus, sieht nach einer weiteren Stabilisierung aus, sieht erneut aus, wie als wird der anhaltende Abverkauf gefangen, stabilisiert und versucht hochzudrehen. Und dementsprechend sollten wir Montag auf der Oberseite mit einem Plan den Kollegen halt, ne, also auf der Ebene sieht das gut aus. Da ist auf jeden Fall noch was möglich und vielleicht nicht ganz so viel wie jetzt hier mit Pfeil, aber ich sag mal ein Gap Close hier, wo war das, 15.900, wäre auf der Basis dieser Kerzen schon erstmal möglich. Was ich aber sehen möchte, ist halt, dass er auch wirklich über diese 8.50 jetzt wieder drüber arbeitet. Das haben wir gestern auch schon gesagt, das hat er nicht getan, halt, ne, er hat wieder nach unten gearbeitet und man merkt auch schon deutlich, dass da im asiatischen Handel momentan so ein bisschen der Duktus einfach vorgegeben wird, ne, auch wenn er das immer wieder gut auffangen kann. Aber es ist schon, da ist, da verkaufen schon halt auch echt Leute Titel im DAX, das muss man ganz klar so sagen. Es gibt aber einige Titel im DAX, die das ganz gut auskompensiert bekommen und von daher funktioniert das momentan noch so, dass es hier positiv aussehen kann. Solltet ihr aber jetzt anfangen, hier auch aus dem Band wieder mal unten rauszugehen und dann auch mal wirklich rauszufallen, würde ich schon unterhalb von 15.450, also für die jetzt kommende Woche oder, sag ich mal, für die nächsten 8 Tage, mir da eine Art kleinen Zettel an Bildschirm machen. Ja, weil alles, was unter 15.500 passiert, könnte man schon sagen, ähm, dann wirklich langsam Trendumkehrcharakter kriegt halt, ne, und, ähm, Richtung 200 Tage Linie und so weiter. Ist aber noch nicht so, ja, ist noch nicht so, aber würde ich für die Woche auf jeden Fall mal im Blick behalten, weil wie ist es dann? Dann ist der Montag schwach und dann steht der Montag vielleicht bei 15.510, muss jetzt nicht so kommen, ich will es bloß kurz herleiten, ne, wie man dann selber plötzlich denkt. Und dann sitzt man da und sagt sich, na, okay, das ist ja jetzt eine gute Unterstützungstone, dann probiere ich mal Long und, äh, schubdiwupp, steht der Markt dann hier unten, bricht ein Trend und man steht die ganze Zeit dann nur Long drin. Da muss man, da muss man wirklich ein bisschen auffassen, ähm, wenn er jetzt weiter zur Schwäche neigt, auch zum Montag wieder, das sind Stabilisierungssignale, ganz klar, auf sowohl die vorherige Kerze als auch die Kerze, wäre das für ihn nicht schwer, sich jetzt über 8.50 rauszuarbeiten, das Käpte zu machen bei der 900 wieder, ran an die 9.65, ran an die 16.020, ran an die 16.065. Das sind die Marken, die wir oben genannt haben. Nach den Kerzen, easy ding, macht er das nicht, dann hat er ein Problem halt, ne, weil dann stimmt irgendwas nicht. Und dann, ähm, es sind auch diese kleinen Korrektur, oder sag mal, dieses, dieses ein bisschen so, wenn ich sagen, äh, ah, diese kleinen Schönheitsoperationen hier nach oben, dann sind die halt auch nur Kosmetikgewissen halt, ne, und, ähm, von daher würde ich schon bei erneuten Abkippen, unterhalb, also ich würde, glaube ich, schon sagen, unterhalb von 6.50, ja, dann kriegt er hier schon 3 Richtung 5.70 tiefer, und wenn dann auch der, der, der Rücklaufbereich hier bricht, äh, um die 5.70, und der geht dann auch unter die 15, unter die 500, kriegt dann auch diese, diese, diese Handelsspanne hier, wo wir ja auch hier ganz, ganz, ganz lang drinnen gesessen haben, ich glaube schon, dass dann unterhalb des Risikos entstehen kann. Nein, deswegen würde ich einen Montag, der sich nach unten arbeitet, ähm, auch im weiteren Wochenverlauf durchaus als eine Art, ähm, Opener sehen, ne, als eine Art, ähm, Wegbereiter, Türöffner, ne, der kann einfach dann, wenn er jetzt nach unten arbeitet zum Montag, und da würde mir schon reichen, wenn der, ich sag mal, nach 9 Uhr 45, 9 Uhr, 10 Uhr vielleicht, unterhalb von 15.800 rumhampelt, dann wäre er ganz klar unterhalb der Erwartung, die er mit dieser Erholung jetzt, ja, versucht zu generieren hat, ja, sollte er stattdessen aber oberhalb laufen, dann würde ich denken, dass wir Richtung 900 gehen, ja, also alles auch was oberhalb von 8.50 ist, man könnte ja hier auch so eine kleine ABC rauslesen, na, die ist hier so im Bereich um 8.50 dann gedeckelt, sollte der drüber gehen, dann würde ich sagen, ja, komm, dann ab zu 900, ab zu 9.65, ab zu 16.020, und gegebenenfalls schon 16.065, das sind dann oben die Ziele, solange wir den oben sehen, und damit kann man es sich relativ einfach machen, ich würde jetzt nicht unbedingt 8 Uhr gleich, äh, das erste Ticket eröffnen im DAX, ne, wenn wir reinkommen, sondern da erstmal ein bisschen gucken, wie kommt auch der Exiltag rein, und, äh, dann, äh, sollte das ein bisschen erkennbar sein, ne, und, ähm, dann wird auch wichtig, kriegt er dann die 16.50 hier unten mal weg, ich denke schon, dass er die dann wegkriegt, also, wenn er die jetzt nochmal anläuft, er hat sich jetzt ja dreimal dran vergangenen, könnte man sagen, äh, dürfte dann da jetzt auch durchgehen, wenn er wieder absegelt, und da haben wir eigentlich unten schönes Bild, schönes, klares Bild auch, lässt sich wahrscheinlich sogar leicht handeln, und auch oberhalb sogar, ne, also, finde ich, der Montag, der hat für Trading durchaus attraktive, attraktive Potenziale jetzt, weil die Marken wirklich, also, wenn, wenn wir jetzt auf den Chart gucken, und ein anderer Analyst guckt auf den Chart, und noch eine andere Analyst, dann gucken die nicht alle voneinander ab, wenn da jeder die 15.100 in den Mund nimmt, die ist einfach offensichtlich erkennbar für alle, und sowas ist immer gut, halt, ne, weil sowas nimmt der Markt dann halt auch gerne an, und, 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 und dann entstehen dort schöne Reaktionen, ähm, weil die einen dort halt long raushauen, die anderen hauen dort short rein, die anderen hauen dort short raus, ähm, es sind einfach bekannte Marken halt, ne, und, ähm, das, das macht es relativ einfach, und die sitzen alle momentan ganz schön, finde ich eigentlich für den Montag durchaus attraktiv, und hoffe, dass er, dass er sich ein bisschen zusammenreißen kann zwischen 8 Uhr und 9 Uhr und 30, äh, nicht, dass er da schon die halbe Tagesspanne festsetzt, und, ähm, dann haben wir oben wie unten schöne Potenziale, man muss sagen, der Tagesschat gibt ein bisschen oben vor, die Tatsache, dass wir immer noch unter der 8.50 klemmen, gibt mir so ein bisschen die Option vor, aber der kann schon noch, und auch die Möglichkeit hier, dass er, man könnte jetzt auch aus einer kleinen Flagge werden, letztendlich, die ist noch nicht ganz abgeschlossen, da fehlt noch ein kleines Hoch, ähm, auch das könnte man durchaus noch für eine weitere Route nach unten werten, und ich sag mal, wenn er jetzt hier von 8.50 runterdreht, ja, dann könnte man letztendlich rangehen und sagen, und projiziert einfach die Ziele noch nach unten, ja, und dann sagen, wir nehmen uns die, die und die, dann haben wir hier, ja, ich würde mal die 8.50 ansetzen, ja, und dann haben wir hier schon Ziele, die dann halt hier in die 500, in den 500er Bereich reingehen, ja, und, und auch drüber hinaus, ja, schöne Deckung dann hier in solchen Bereichen, das ist immer ganz interessant, aber erst mal muss er drehen, ja, für, für die unteren Varianten, na, aber grundsätzlich so, wenn der wieder unter 15.800, ich würde da nicht, ich würde es mir da nicht, ich persönlich würde es mir nicht kompliziert machen, unter 15.800 sehe ich ihn weiter als an 8.50 abgeprallt nach unten, na, so dass er, dass er durchaus noch weiter rennen kann und hat hier eingeknickt, wir haben ein tieferes Tief drin, wir haben ein tieferes Hoch drin, wenn er jetzt noch ein neues, tieferes Hoch generiert, das ist alles okay, kann schön runterdrücken, aber wie gesagt, im Tagesschart sieht es deutlich nach Stabilisierung aus und auch zum Freitag kam der hier, wieder hochgezogen, ja, kann jetzt verfallsgetrieben gewesen sein, wie auch immer, soll aber egal sein, Fakt ist, er wird hochgezogen, Punkt, und das ändert sich jetzt nicht mehr und das signalisiert ja in den Käufern und Verkäufern das Gleiche und von daher müssen wir das so akzeptieren, egal ob mit viel Umsatz oder mit wenig Umsatz, das ist drinnen, das wird nicht mehr verändert, ja, und deswegen würde ich klare Kante ziehen, über 8.50, mich Richtung 900 orientieren, 9.65, 16.20, 16.65 und unter 800, runter, runter und neue Range würde ich hier nicht antraten wollen, glaube ich nicht, denke ich nicht, dass der hier in eine neue Range geht, der Freitag, ne, 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 das macht er nicht, ne, zum Montag schön, schön spacken, auch wenn der Freitag ja eine andere Erwartungshaltung hat, ne, wir hatten gesagt, wenn er nach unten geht, kann er den ganzen Tag durchziehen, das hat er nicht getan, aber ich würde schon, ne, ich würde ja nicht auf eine Range trainen wollen, denke der kann zum Montag ein bisschen, ein bisschen laufen, ne, hat schöne Vorlagen und damit hat er auch schöne Gewalt, die er entladen kann halt, okay, von daher, wir lassen das dabei, ich wüsste jetzt nicht, wie ich euch hier Pfeile reinsetzen kann, richtig, ne, also, könnte jetzt hier so ein, es passt nicht für ein 2 Stunden Chart, das wäre jetzt eher was, was man auf kleineren Zeiteinheiten setzen könnte, wisst jetzt hier nicht, wie, die so oben bleiben gültig, ne, hier unten könnte man drunter einen Short Trigger vielleicht nochmal mit reinsetzen, das können wir eigentlich machen, wir schnappen uns den hier, dann kann ich sonst so viele neue Pfeile nicht mitgeben, oh, das ist ganz cool, ne, das passt eigentlich schön, dass man sagt, okay, wenn er jetzt hier unten wieder abhaut, dann ist halt auch noch Platz, ne, oben hier, das könnte man theoretisch ein bisschen runterziehen, aber, pff, wenn wir schon ein höheres Hoch erst ziehen wollen, ne, macht er jetzt bloß ein tieferes Hoch und dann dreht er wieder tiefer und macht vielleicht noch ein tieferes Tief, dann kriegt man langsam wirklich eine Trendumkehr rein, gut, Freunde, damit, wir machen hier zu, ähm, wie gesagt, ich denke, der Montag wird relativ einfach, wir haben schöne, klare Marken und dann handeln, was man sieht halt, ne, einfach kommen lassen, reinkommen lassen, den Kerl, und dann, äh, nehmen was kommt halt, ne, nicht dolle Wählerisch sein, sich nicht unbedingt für eine Seite verkämpfen, sieht, es läuft nicht an, spielt nicht mit, ah, können das nicht beeinflussen, was der Max macht, äh, was der Max sagt, schon, was der Dax macht, können es nicht beeinflussen, ja, können nur versuchen, mitzugehen, okay, damit würde ich es jetzt hier wirklich zumachen, und dann wünsche ich euch viel Erfolg zum Montag, und, ja, 800 und 58, das und so, da gucke ich jetzt, da drüber, positiv und long Möglichkeiten, runter eher negativ und short Möglichkeiten, alles klar, wir hören uns morgen wieder, bis dahin, tschüss,